Herzlich Willkommen zu einem Erklärvideo der Firma Selbe. Mein Name ist Guido Schildbach und ich möchte Ihnen jetzt den SE Pro vorstellen mit manueller Endlageneinstellung nach dem Prinzip Untenpunkt, Obenpunkt. Der Motor ist hier oben in der Stahlwelle verbaut. Wir haben eine Fensterbank. Den Endanschlag können wir nicht benutzen, deswegen wollen wir oben ja einen festen Punkt programmieren. In meinem Fall haben wir jetzt Befestigungsfedern verbaut. Wenn Sie starre Wellenverbinder oder Hochschiebesicherung verbaut haben, dann ist das sowieso ganz interessant, den unteren Punkt auch manuell setzen zu können. Deswegen manuelle Endlageneinstellung, Untenpunkt, Obenpunkt. Wir benötigen dazu unseren Einstellschalter. Wenn wir mit dem Einstellschalter den Motor fahren, dann stellen Sie fest, dass der Motor zwei Fahrunterbrechungen macht. Das ist der vollautomatische Einstellvorgang, der Werksauslieferzustand. Um jetzt den Motor umzustellen auf manuelle Endlageneinstellung, müssen wir die E-Taste für mindestens sechs Sekunden drücken. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wenn wir nun den Motor bewegen, dann stellen wir fest, dass der Motor eine Fahrunterbrechung macht. Somit hat der Motor umgeschaltet in manuelle Endlageneinstellung. Nun fahren wir als erstes den unteren Punkt an. Übrigens in meinem Fall mit der Abwärtstaste wird runtergefahren, mit der Aufwärtstaste wird raufgefahren, sodass wir jetzt den unteren Punkt entsprechenderweise anfahren. Bei der Hochschiebesicherung bitte in die Hochschiebesicherung hineinfahren. Wir speichern diesen Punkt ab, indem wir die E-Taste für mindestens drei Sekunden drücken. 21, 22, 23. Achtung, der Motor läuft noch falsch rum, also in meinem Fall jetzt falsch rum, mit der Abwärtstaste aufwärts. Wir fahren nun den Behang nach oben auf die gewünschte Position. Wenn wir sagen, das ist die Position, wo der Motor jetzt immer abschalten soll, dann speichern wir auch diesen Punkt mit drei Sekunden E-Taste. 21, 22, 23. Nun ist der Motor eingestellt. Wir machen eine Probefahrt und Sie sehen, er hat automatisch die Drehrichtung richtig zugeordnet. Er läuft nun in Abwärtsrichtung, genau bis zu dem Punkt, den wir gerade programmiert haben. Und auch in Aufwärtsrichtung hält er nun genau an dem Punkt an, den wir gerade gespeichert hatten. Der SE Pro Motor hat in Abwärtsrichtung noch eine Hinderniserkennung, die ich Ihnen jetzt auch demonstriere. Der Motor läuft auf das Hindernis auf, beziehungsweise der Behang und der Motor fährt automatisch das Hindernis wieder frei. Außerdem hat der SE Pro Motor noch einen lernenden Überlastschutz in Aufwärtsrichtung. Ist also der Rollladen im Winter zum Beispiel unten festgefroren oder ist vielleicht sehr viel Schmutz in den Führungsschienen, dann kann der Motor das relativ einfach erkennen und auch dieses Hindernis wieder frei fahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.